Musik Musik MusikerTV, der Mario, ich grüße euch. Über außergewöhnliche Möglichkeiten, Sounds und Features verfügt das DUDI Rubberneck Analog Delay. Dieses Doppel-Echo-Pedal bietet mehr als 1000 Millisekunden Verzögerungszeit und warme zu 100% analoge Echos. Dazu gibt es unter anderem Tap-Tempo, einen Tap-Divisions-Umschalter und die Möglichkeit, die Delays über das Ausschalten ausklingen zu lassen. Mit den Reglern für Modulationsgeschwindigkeit und Tiefe, Gain und Ton ergeben sich weitere spannende Möglichkeiten, mit dem DUD Rubberneck den Echos noch mehr Leben einzuhauchen. Mit beiden Fußschaltern werden erweiterte Features abgerufen, wie anpassbare Oszillationsregelbarkeit und veränderbare Steuerung des namengebenden Rubbernecking-Effekts, einem originellen Echo-Pitch-Sweeping. Diese erweiterten Möglichkeiten werden mit durchsichtigen Mini-Reglern bedient, die gleichzeitig als mehrfarbige Status-LED dienen. Des Weiteren verfügt das DUD Rubberneck Analog-Delay über einen Effektweg mit Send-on-Return-Buchse, einen Anschluss für einen optionalen FS3X-Dreifachfußschalter, Gru-Bypass und ein stabiles Metallgehäuse. Das DUD Rubberneck dürfte das vielseitigste Analog-Delay des Jahres 2017 sein. Ein Must-Have. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020